Herzlich willkommen im Burgkeller Meißen. Mein Name ist Bert Krachel und wir werden heute für Sie den Burghotel-Bürger zubereiten. Das Fleisch für unseren Bürger verwenden wir 100% sächsischen Jungbullen, den wir jetzt frisch durch den Fleisch vollkratzen werden. Unser frisch gewolftes Rinderhackfleisch kneten wir kräftig durch, damit wir das Kollagen aus dem Rindfleisch lösen und eine schöne Bindung in unseren Bürger haben. Da brauchen wir kein Brot, kein eingeweichtes und kein Ei, sondern wir können 100% pures Rindfleisch verwenden. Wir werden das Rindfleisch nicht würzen, da wir dann unsere selbstgekochte Barbecue-Soße als reines Würzmittel verwenden werden. Beim Durchkneten ruhig mal kräftig drücken. Wir formen das Rindfleisch zu einem 200g schweren, runden Burger-Paddy. Wie Sie sehen, durch das kräftige Kneten haben wir schon eine schöne, sämige Bindung im Fleisch. Zum Braten verwenden wir Olivenöl. Das hat geschmackliche Vorteile und ist relativ hitzestabil. Und würzen unser Fleisch nur mit Salz und Pfeffer aus der Mühle. Es empfiehlt sich beim Braten, nicht nur aus geschmacklichen, sondern auch aus sensorischen Gründen, den Speck gleich mit auszulassen. So, dass es schön knusprig wird. Und außerdem aromatisiert das auslaufende Schweinefett gleich schön unser Rindfleisch. Wir stellen jetzt das angebratene Burgerfleisch und unseren angebratenen Speck unter den Salamander, um das Fleisch ein bisschen ruhen zu lassen, dass es ein bisschen durchzieht und der Speck noch ein bisschen knusprig wird. Das sind Süßkartoffeln, aus denen werden wir Pommes frites zubereiten. Die Süßkartoffel ist keine klassische Kartoffel, sondern Gemüse. Wir werden die Süßkartoffeln, da sie weniger Stärke haben, mit etwas Maisstärke umhüllen, dass wir sie knusprig ausbacken können. Dazu einfach ein paar Löffel Speisestärke mit etwas kaltem Wasser, am besten in einem Plastebeutel vermengen. Dann sehen Sie, wie die Speisestärke sich gut auflöst. So, und jetzt ruhig ein bisschen schütteln, bis das Klümpchen frei ist. So, jetzt setzen wir die Kartoffelstäbchen hier rein. Sie erkennen, wenn die Speisestärke leicht an der Süßkartoffel anhaftet, dann haben Sie genau die richtige Menge an Speisestärke. Während unser Burgerfleisch und der Speck unter dem Oberhitzegrill knusprig geworden ist, frittieren wir die Süßkartoffel-Pommes. Vorsicht bitte mit der Speisestärke, wenn Sie zu viel Flüssigkeit in heißes Fett geben, kann es spritzen und zu schweren Verletzungen kommen. Die Süßkartoffel hat eine wesentlich kürzere Garzeit als die normale Kartoffel, deswegen nicht zu lange im heißen Fett lassen. Die Süßkartoffeln kriegen sehr schnell Farbe und sind sehr schnell gar und werden damit auch sehr schnell weich. Wie Sie an der Farbe erkennen, sind unsere Süßkartoffeln jetzt fertig. Am Geräusch hören Sie, dass sie knusprig sind. Wir würzen die Süßkartoffeln mit etwas Salz, Cayenne und anderen fruchtigen Gewürzen, damit die Süße von einer Schärfe geschmacklich so ein bisschen eingerahmt wird. Dann haben wir hier unsere selbstgekochte Barbecue-Soße. Wie Sie sehen an der Konsistenz, das ist leicht stückig. Wir haben Zwiebelwürfelchen und Speck angespitzt und ausgelassen und dann mit anderen Zutaten zubereitet. Die Burgerbrötchen werden für uns frisch gebacken von unserer unternehmenseigenen Konditorei. Wir bestreichen das Burgerbrötchen mit unserer selbstgemachten Barbecue-Soße und belegen unseren Burger mit Salat, Tomate und Zwiebeln. Zwiebeln können auch mit angebraten werden, das ist Geschmackssache. Wichtig beim Burger ist, dass der Salat auf dem oberen Deckel liegt, weil sonst das Fleischstück den Salat zerdrücken würde. Dann ist der Harddeck nicht mehr knackig. Das heißt, unten immer die Tomate und dann das Fleisch drauf und oben dann den Salat. Die Süßkartoffelpommes richten wir klassisch in einer Zeitung nachempfundenen Tüte an. Zu den Süßkartoffelpommes fritt empfehlen wir eine Limetten-Knoblauch-Aioli. Die Frische der Limette, die Schärfe des Cayenne bei dem Süßkartoffelgewürz und die Süße der Kartoffel bilden ein schönes, rundes Geschmackserlebnis im Mund. Den Teller verzieren wir mit unserer frisch zubereitenden Balsamico-Glas. Dies ist unser Burkhotel-Burger mit Süßkartoffelpommes fritt. Viel Spaß beim Nachkochen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns besuchen würden und den Burger bei uns essen und diesen herrlichen Blick über Meißen von unserer wunderschönen Terrasse genießen.